Musik Postovane Dame i Gospodo, meine sehr verehrten Damen und Herren, und ich freue mich auf den Jubilärn 75. Hrvatskom Balu, in der wir uns im Online-Bal. Auf Jubiläu stehe unter Geschen Dragula Stival und ich hoffe, dass Sie in der Schwerpunkt haben, dass Sie in der Schwerpunkt haben, und dass Sie sich mit dir in der Schwerpunkt und dass Sie sich mit uns beitragen, durch die Balsche Nacht. Ich begrüße Sie herzlich zum 75. Wiener Kroatenball. Auch heuer bleibt alles anders. Nach unserem erfolgreichen Online-Programm im vergangenen Jahr wagen wir es ein zweites Mal virtuell. Passend zum Jubiläum steht der diesjährige Ball unter dem Motto des Kronjuwelenballs. Und ich hoffe, Sie haben zu Hause Ihre Kronjuwelen angelegt und lassen nun die Sektkorken knallen. Ich freue mich, Sie durch diese virtuelle Ballnacht begleiten zu dürfen. Ich freue mich, Sie können Sie sich auf die Sektkorken knallen. Hier ist die Moderatorin und Moderatorin, die aufbauen, 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 aufbauen und aufbauen und aufbauen und aufbauen. Lietos nam hier beginnt jubilarni 75. Hrvatski bar. Da es in den beiden vergangenen Jahren ja eher wenig Gelegenheiten gab, die Edelsteine und Kronjuwelen auszuführen, legen Sie sie ruhig zu Hause vor dem Fernseher an. Denn wer sagt, dass man schöne Steine nicht auch auf der eigenen Couch und im eigenen Wohnzimmerstil volltragen kann? Teilen Sie diese Momente unbedingt mit uns über die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram unter dem Hashtag 75HrvatskiBal oder schicken Sie uns Ihre Fotos per E-Mail. Jeder Wiener Ball beginnt klassisch mit einer Eröffnung. So auch der Wiener Kroatenball. Aber wir haben diese Tradition adaptiert und angepasst. Denn über dieses Paket zieht kein Jungdamen- und Jungherrenkomitee zur immer selben Polonaise ein. Die Eröffnungen des Wiener Kroatenballes standen lange im Zeichen kroatischer Folklore. In jüngerer Vergangenheit entstanden auch immer wieder eigene musikalische Produktionen, die speziell für die Balleröffnung konzipiert wurden. Die Eröffnungen des Wiener Kroaten sind. Und das mit dem Koreografischen Musik und der Wiener Kroaten, die mit der Wiener Kroaten und der Wiener Kroaten, die sie in der Wiener Kroaten und der Wiener Kroaten und der Wiener Kroaten. Die Eröffnungen des Wiener Kroaten Die Eröffnungen des Wiener Kroaten getupen. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Die sind ja, die sind ja, alle, mladen Juden. Rassbottom se spie, rassbottom se spie. Chuvaj, chuvaj, Gini, 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 Gini. Da bi znala, dr bi znala, da ću tvoja biti, da ću tvoja biti. In prikoričko piskakala, da bi drža bila, da bi drža bila. Stasla mi se zagladila, da bi ga ja bila, da bi ga ja bila. Stasla mi se umibala, da bi te ja bila, da bi te ja bila. Stasla mi se umibala, da bi ga ja bila. Stasla mi se umibala, da bi ga ja bila. Stasla mi se umibala, da bi ga ja bila. Stasla mi se umibala, da bi ga ja bila. Vielen Dank. 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 Wir freuen uns, für die nächste Zeit, Musik 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 Ja, und nach dieser Rumba bleiben wir gleich im lateinamerikanischen Standardbereich und da gibt es bei uns nun einen Chacha und dieser Chacha heißt Funky Chacha. Musik 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 Ja, das war also Cha-Cha Und wir haben natürlich auch für diesen Jubiläumsball Für diesen Jubiläumswiener Kroatenball Auch keine Kosten und Mühen gescheut Und haben Ihnen einen herausragenden Vokalsolisten auch mitgebracht Und deswegen freuen Sie sich mit uns nun auf Erwin Adelmann Und er wird einige Songs aus dem Bandbuch von Frank Sinatra Trafformen hier für Sie Und für das Publikum des Wiener Kroatenballs Und zwar beginnen wir mit Bad Bad Leroy Brown Musik Musik Leroy Brown 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 Leroy Brown